Willkommen bei Flo und Benze. Ich bin der Flo. Ich bin der Benze. Und heute wollen wir in unserer neuen Sommerepisode einen Deep Dive machen. Soll es ums Schönerling gehen. Ein Thema, was eigentlich genauso wie es für diese Sommer Deep Dives jetzt eigentlich schon Tradition ist, auf diese drei Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben, kann man sagen, wir haben immer Themen hergenommen, die uns über die letzten Wochen und jetzt fast schon Monate begleitet haben und für uns immer in diesem Rahmen, von dem wir sprechen, so eine kleine Grundlage darstellen. Und da gehört natürlich dieses Journaling dazu, von dem wir unterschiedliche Arten schon angesprochen haben. Und ich glaube, wir können die Episode jetzt dazu nutzen, dass wir vielleicht nochmal im Detail über die Arten von Journaling, die wir halt besprochen haben, reden können. Und vielleicht auch für uns nochmal diesen Unterschied klar machen, wieso wir nicht Tagebuch schreiben nennen, weil wir haben es jetzt auch eingeleitet mit Journaling, obwohl das natürlich ein sehr, also es ist ein englisches Wort. Und ich glaube für alle ist dann einfacher zu verstehen, wieso wir jetzt eher Journaling sagen und nicht Tagebuch schreiben. Weil das hat vielleicht so eine andere Konnotation und irgendwie Journaling ist zumindest so, wie wir das beide kennengelernt haben, war ja Journaling aus einer, aus einer anderen Idee heraus, als vielleicht dieses Tagebuch schreiben, was wir vielleicht aus der Kindheit noch kennen, was man so gemacht hat. Von dem her, glaube ich, ist das ganz gut festzumachen, was denn der Unterschied ist zwischen Tagebuch schreiben und Journaling, so wie wir das sehen oder wieso wir das begonnen haben zu benutzen. Und dann können wir quasi in die Arten von Journaling gehen, die wir quasi vorgestellt haben und die wir auch empfehlen, würden oder über die wir sogar schon im Detail gesprochen haben. Ja, genau. Zu den Unterschieden würde ich dann gleich wieder zu dir zurückgeben. Ich finde halt auch, das Tagebuch hat ein bisschen eben, wie du sagst, erinnert mich an die Kindheit, hat vielleicht sein Schloss am Buch oder so, dass man es zusperren kann. Und hat eigentlich einfach eigenartige Konnotationen, ist wahrscheinlich das beste Wort. Gleichzeitig habe ich aber mit diesem Journaling sozusagen wunderbare Erfahrungen gemacht. Und nicht nur ich, sondern auch einige Klienten schon, die einfach massiv davon profitiert haben, eine andere Sicht auf sich und ihr Tun sozusagen zu legen und auch eine neue Sicht zu gewinnen, um es vielleicht so noch mal auszudrücken. Und darum finde ich es ganz wichtig, dass wir in das Thema einfach noch mal einsteigen, noch mal zeigen, was für verschiedene Möglichkeiten es gibt. Und auch, wie du schon erwähnt hast, so aufzuzeigen, es muss nicht Schema F sein. Es ist einfach, man kann den Rahmen hier sehr freisetzen und kann einfach sagen, tu das, damit du einen Nutzen davon hast und wie das dann im Detail ausschaut. Ich glaube, da gibt es viele, viele Wege, die nach Rom führen. Und vielleicht kannst du mal einsteigen, dass du uns mal so ein paar aufzählst, ein paar Möglichkeiten, die es so gibt. Genau. Also die grundlegenden Arten, die wir soweit besprochen haben, waren quasi das, unter Anführungsstrichen, normale Journaling und ein spezielleres Shutdown-Journaling, was quasi mehr für die Arbeit ist. Und vielleicht um den Kontext besser zu setzen, ist quasi die Grundidee von dem Journaling, worüber wir sprechen, hat so ein bisschen die Vergangenheit in dem, was Markus Aurelius selber quasi gemacht hat. Oder diese ganze historische Philosophie, über die wir auch schon öfter gesprochen haben, wo die einfache Grundlage war, also Markus Aurelius kann man gerne dann nachlesen, was sein Leben tatsächlich beinhaltete, weil es führt quasi zu weit. Aber spannend ist, wieso er es quasi für sich selber geschrieben hat. Also der wesentliche Punkt war, und ich glaube, das kann man gleich am Anfang rausheben, das ganze Journaling macht man immer für sich selber. Also das macht man nicht dafür, dass man das dann jemandem mal zeigt, sondern nur für einen selber, ganz persönlich. Und die Idee war, quasi aus dieser schon schönen Philosophie heraus, dass man sich als Mensch sozusagen verbessert. Und das hat einen ganz einfachen Rahmen. In der Früh plant man seinen Tag, und am Abend macht man ein Review seines Tages mit dem Ziel, bin ich ein besserer Mensch geworden. Das ist quasi so die grundlegendste Form von Journaling. Und spezieller hatten wir dieses Shutdown-Journal, was wir so eingebettet haben quasi in einen Arbeitstag, wo wir irgendwie gesagt haben, naja, selbst wenn man dieses, ich sag jetzt mal, das Lebens-Journaling nicht macht mit dem, mit dieser stoischen Philosophie, sondern sich eben mehr in der Arbeit, besser zurechtfinden möchte in der Arbeit, dann nimmt man dieses Shutdown-Journal her, wo es ganz grundsätzlich darum gegangen ist, und wir können die Arten dann nochmal genauer machen, nur quasi so als Einleitung. Shutdown-Journal, eine bestimmte Zeit, bevor man eben konkret fertig macht. Auch das müssen wir immer wieder rausheben, nicht nur irgendwann, bevor ich fertig werde, sondern man weiß genau, wann man mit der Arbeit fertig sein möchte. Kann eine Deep Work Session sein, wie auch immer. Zu dem Zeit oder bevor dieser Zeitpunkt kommt, nehme ich mir zehn Minuten, stelle mir drei Leitfragen, haben wir glaube ich entwickelt am Anfang und arbeite die einfach in diesen zehn Minuten durch und schließe damit den Arbeitstag ab und bereite mich quasi auf den nächsten Arbeitstag vor. Das heißt, wir haben das als Parallele genommen von dem, was aus der stoischen Philosophie kommt und haben genommen, ich review meinen Arbeitstag und bereite meinen nächsten vor. Das sind quasi so die zwei Säulen, über die wir quasi viel gesprochen haben. Absolut, ja. Und ich möchte auf eines nochmal explizit ein bisschen hinweisen, weil du es jetzt nur so ein bisschen erwähnt hast, dieser Vergleich von der Entwicklung für dich selber, wie positiv und wichtig das ist, dass dieser Vergleich mit einem selber als Person passiert. Sich selber vergleichen mit dem, wie ich gestern war. Und wie du sagst, das hat so eine Vergangenheit in ewigen, vor tausenden Jahren sozusagen. Und das ist auch das, was Peterson ständig herausstreicht. Du darfst dich einfach nicht mit anderen da draußen vergleichen. Und das ist noch tragischer. Wir haben es in der letzten Folge ein bisschen erwähnt, dieser Social Media, wo auch dieser Effekt ständig zum Tragen kommt. Du vergleichst dich mit allen möglichen Leuten, die gerade auf Urlaub sind. Und dann kannst du das dir ausrechnen. Ja, wenn du einfach genug Freunde hast, dann ist einfach ständig wer auf Urlaub und du halt nur dreimal im Jahr. Und dann bist trotzdem traurig, wieso alle anderen ständig auf Urlaub sind, nur du nicht. Und da kommt dieser Vergleich nach außen, der zu nichts führt, außer dass du dich selber unglücklich machst und dir einfach selber sozusagen mutwillig die Lebensfreude nimmst aus vielen Aspekten von einem in vielen Fällen guten, guter, einem erfolgreichen, spaßigen, was auch immer für dich relevante Merkmale sind, Leben. Genau. Genau. Und ich glaube, das ist eben, vielleicht passt auch sehr gut zu dieser Unterscheidung, die wir jetzt mal konkret machen für Journaling für das normale Leben und eben ein Arbeitsjournaling. Weil ich glaube, für uns war auch von Anfang an mit diesem Shutdown-Journal, das ja auch eigentlich von Kay Newport kommt, aber wir haben so die Fragen ein bisschen angepasst oder das Format generell, dass einfach um diese Einstiegshürde so niedrig wie möglich zu halten. Weil ich glaube, wenn man eben so den normalen Personen sagen würde, ja, mach in der Früh eine Tagvorbereitung und dann am Abend Review nochmal den Tag und da sagt man, tendenziell sollten das schon 20 Minuten mindestens sein, dass du wirklich darüber nachdenken kannst, was plane ich heute, wie möchte ich mich verhalten oder eben, wie habe ich mich verhalten in zwischenmenschlichen Beziehungen. Da werden glaube ich viele sagen, okay, ich soll mir jetzt eine Stunde nur tun. Also eben, was soll ich noch alles tun? Und unsere Idee war eben, diesen Zugang ein bisschen zu verändern und zu sagen, es ist unheimlich wichtig zu wissen, wann man seinen Arbeitstag beendet. Und da haben wir ja auch in einer Folge über Deep Work schon genau darüber gesprochen. Es muss ein Ende geben von Deep Work. Das heißt, wenn ich mir festmache, ich höre um 18 Uhr auf, dann muss ich um 18 Uhr aufhören. Und das macht halt so die Hürde ein bisschen gesünder auch, weil wenn ich sage, ich höre um 18 Uhr auf, weiß ich, um 17.50 Uhr nehme ich meinen Shutdown Journal her und arbeite mich an diesen Leitfragen voran und habe dann eine schöne Abrundung auch für meinen Arbeitstag gefunden. Und das war so ein bisschen, um die Hürde zu vereinfachen, dass ich vielleicht schon auch auf das normale Leben und Anführungsstrichen übertragen kann. Aber als Einstieg ist vor allem das Arbeitsleben mal zu reflektieren, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, worüber wir eigentlich auch jede Folge sprechen. Reflexion kann dort auch beginnen. Also es ist jetzt nicht irgendwie ausgeschlossen. Ich würde sagen, wir bringen mir mal unsere drei beispielhaften Fragen, die, wie gesagt, im Rahmen dessen jeder trägt sein eigenes Schärflein und hat vielleicht andere Themen, die für ihn wichtig sind. Aber für uns waren diese Fragen einmal im Vordergrund beziehungsweise die zweite Frage habe ich ja dann auch erst im Rahmen mit einem Klienten sozusagen nochmal angepasst, weil das dort sich einfach so aufgedrängt hat und sich dann für uns irgendwie angeboten hat, das mit aufzunehmen in so einen allgemeineren Kanonanfragen. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist, wenn man mit einer Frage nichts anfangen kann, dann überlege eine andere Frage. Ich glaube, das wäre der wichtige Punkt. Die erste Frage war sozusagen angelehnt. Klingt auf Deutsch immer sehr spirituell oder ähnlich. Aber trotzdem aus der Richtung des Dankbarkeitstagebuchs sozusagen, wenn man das jetzt ganz deutsch sagen möchte, einfach die Frage sich stellen, wofür bin ich heute eigentlich dankbar? Und da gibt es vieles. Und man muss sich dieser Frage vielleicht ein paar Tage einmal widmen und öffnen, um dann auch sozusagen die Chance zu haben und zu merken, wie viel sich da eigentlich tun kann auf dieser Ecke. Und ich möchte dann später noch ein bisschen mehr auf Dankbarkeitstagebuch, auf diese Lebensfrage zu bekommen, wie du vorher gesagt hast. Die zweite Frage war dann eben, was ist mir gut gelungen? Und wir haben lange diskutiert, falls du dich erinnern kannst, über die Frage, ob es sozusagen nur reicht gelungen oder gut gelungen oder sehr gut gelungen. Also wie weit möchte man da reingehen? Aber wir haben dann festgestellt, mit sehr gut gelungen kommt man ja sofort wieder in so ein Judging hinein. In diese Bewertung der Frage, na war das jetzt wirklich gut oder war es nur mittelmäßig? Und wenn man eh schon aus dieser Ecke des Lebens kommt, wo man vielleicht gar nicht so merkt, was man da beruflich eigentlich toll kann, weil wir haben auch darüber schon gesprochen, schulisch zum Beispiel, der Fokus wird immer eigentlich auf Schwächen und auf Negativität gelegt. Das kannst du nicht so gut, da musst du dich jetzt mehr drum kümmern. Und vielen ist es selbst nach einigen Jahren, dass Berufsseins, Berufsweh, wie sagt man da, im Beruf stehens, noch immer nicht so ganz bewusst, was denn eigentlich ihre Stärken sind. Und man kann schmunzeln über die Frage der Personalabteilung oder der Recruiter. Was sind denn deine Stärken? Aber ich finde gerade diese Frage ist essentiell, um herauszufinden, ob jemand eigentlich sich dessen bewusst ist, was er denn eigentlich so einbringt in seine tägliche Arbeit. Und deswegen eben die Frage, was ist mir heute gut gelungen? Als zweite Frage. Genau. Und was wir da auch noch gesagt haben, oder ich glaube, ich habe das letztendlich ein bisschen verändert oder ich habe, glaube ich, die erste Frage anders genommen, weil ich habe nämlich dazu genommen zum Beispiel, was habe ich heute geschafft? Weil wir dann auch so ein bisschen darüber diskutiert haben, gelungen ist quasi, deckt vielleicht eine Seite ab und geschafft bedeutet ja vielleicht, etwas abgeschlossen zu haben. Und gelungen kann ja einfach ein Prozess sein, der mir gut gelungen ist, aber es muss nicht notwendiger heißen, dass ich das Projekt abgeschlossen habe. Und das war halt für mich so ein bisschen dieser Balance zu finden zwischen, habe ich irgendwas abschließen können unter Anführungsstrichen heute, eben was habe ich heute geschafft und was ist mir gut gelungen an sich, ging halt dann bei mir rein gedanklich mehr in dieser Dankbarkeitsgeschichte, also was war heute einfach gut, was war nett oder was war toll und das geschafft war mehr so das Abschließen. Und das Letzte, da haben wir quasi auch so ein bisschen ein paar Veränderungen gehabt, weil es war einfach dieses eine Wort, was wir verändert haben, nämlich Veränderung war das eine Wort und Verbesserung war das andere Wort. Und das hat schon gezeigt, dass man das eigentlich mit einfachen Wörtern für sich selber sehr schön, wie du es vorhin gesagt hast, mit dem Dankbarkeitsjournal, also mit dem Dankbarkeit als Begriff, dass man das über ein paar Tage vielleicht verfeinern kann, was besser ist. Weil wir haben dann gesagt, naja, das ist als Vorbereitung für den nächsten Tag, ist das natürlich sehr schön zu sagen, was möchte ich verändern. Aber gleichzeitig könnte man natürlich auch sagen, und das ist ja auch irgendwie so aus diesem Lebensschwendeling, was ja auch aus der historischen Philosophie kommt, ist Verbessern, ist ja auch ein Faktor. Nur, wie wir schon vorhin gesagt haben oder wie du eingeworfen hast, kann dieses Verbessern auch schon wieder so eine kleine Bewertung irgendwo reingeben. Das heißt, man muss da tatsächlich überlegen, womit kann ich besser arbeiten? Sage ich einfach nur Veränderung als vielleicht neutraleren Begriff, unter Anführungsstrichen, oder sage ich eben Verbesserung, wo ich konkret weiß, da muss ich ran. Also ich wollte gerade die Veränderung, was möchte ich morgen verändern, reinbringen, weil es eben vielleicht diesen Druck ein bisschen rausnimmt jetzt. Also verbessern und so ist so, puh, und jetzt schon wieder was verbessern und so. Verändern ist vielleicht, wo es diesen Druck, ja gut, jetzt wiederhole ich mich, diesen Druck rausnimmt und einfach sagt, ja, irgendwie das hat mich heute, was weiß ich, geärgert, betroffen, wütend gemacht, was auch immer. Aber morgen möchte ich das vielleicht ein bisschen anders machen und das ist sozusagen der Spannungsbogen zum nächsten Tag hinüber und diese Verknüpfung dieser Tage durch. Und ich würde dir dann auch durchaus vorschlagen, am Ende der Woche oder wie auch immer man das für sich sieht oder am Freitag, man weiß es nicht, da nochmal ein bisschen durchzublättern und dann einfach zu sehen, auch wieder diese Wertung muss raus. Also ich möchte es nur explizit ausdrücken. Also einfach komplett frei sozusagen durchschauen und zu schauen, ah ja, vielleicht nochmal drüber ein bisschen nachsinieren und dort einfach zu sehen, wo trägt es mich hin. Und gerade wenn man das Gefühl hat, dass mit diesen Stärken rausarbeiten ist ein Thema, dann nochmal zu sehen, ah stimmt, ja, da habe ich dann notiert, das war gut und das stimmt, das ist auch super gelungen. Um einfach das für einen selber wirklich klar zu haben und ich glaube, dass wir dann ganz viel weiterhelfen, auch bei Fragen der Karriereentscheidung zum Beispiel oder wo soll es hingehen. Und was ich glaube ich auch noch ganz wichtig finde zum Herausheben ist, auch um da wieder die Hürde ein bisschen niedriger zu machen ist und dabei haben wir glaube ich nur ganz kurz gesprochen, dass ja ähnlich wie beim Finden von entsprechender Arbeit für Deep Work oder entsprechender Themen ist ja das Schöne an diesen Leitwagen sozusagen, die wir jetzt entwickelt haben, dass da genauso alles reinkommen kann. Und ich glaube, wir haben nebenbei vielleicht über so ein Beispiel gesprochen wie, naja, was ist, wenn ich einen Tag nur organisatorische oder administrative Aufgaben mache, wo ich einfach nur Rechnungen mal sortiere und die einfach ablege, weil muss halt auch mal sein. Dann kann ich das ja genauso reinschreiben. Also es ist einfach immer, es soll ja etwas, ein positives Gefühl auch geben. Es soll ja nicht eben, weil sonst, wie du schon gesagt hast, mit diesem Negativ-Fokus, dann hätten wir ja Leitfragen machen können mit, was hast du heute nicht geschafft, was war heute, wo hast du daneben gegriffen, was hat dich richtig aufgeregt, was hat dich richtig aufgeregt, aber eben nicht, sondern wir wollen ja quasi auch diesen Prozess einfach ein bisschen in die richtige Richtung lenken, weil ich jetzt nämlich genau bei dem Beispiel dann gedacht habe, naja, eben was ist, wenn ich am Ende der Woche quasi reinschaue, nochmal ein kurz drüberblätter, was da überhaupt passiert ist, da ist ja genau der Punkt der Sache, dass ich mich nicht am Ende der Woche nochmal schlecht fühle, sondern ich sehe einfach, hey, es sind einfach gute Dinge passiert. Und quasi mein Punkt bei der Sache ist, selbst wenn ich administratives mache, dann schreibe ich halt einfach hin, was habe ich heute geschafft oder was ist mir gut gelungen? Naja, ich habe meine zehn Rechnungen abgelegt, habe meine zwei Reisen geplant und das ist ja auch schön. Und dann kann ich am Ende der Woche trotzdem mit einem guten Gefühl sagen, puh, die organisatorischen Dinge habe ich aber tatsächlich geschafft und das rückt nicht auf meiner To-Do-Liste weiter nach unten und blickt immer rot, sondern das ist ja immer was Positives an der Sache. Dann möchte ich den Ball aufnehmen auf die Ecke, weil man kann jetzt natürlich vielleicht vorwerfen, zu sagen, naja, das ist ein bisschen naiv, also das ist jetzt sozusagen im Leben, wenn nur positive Sachen passieren und hier und her. Ja, natürlich, also ja, natürlich passieren auf negative Sachen, aber die Frage ist natürlich, die man sich stellen muss, möchtest du wirklich den Fokus auf diese negativen Sachen legen? Genau, ja. Ja, weil die kommen eh von allen Seiten auf dich ein, ne? Und auch da jetzt im Privaten nochmal zurückkommen, eben auf dieses Dankbarkeits-Tagebuch, wo sich viele Leute wirklich schwer tun mit dem Begriff und mir fällt jetzt gerade der Englische dazu, nicht so... Gratitude. Gratitude. Ja, das können sich viele wieder nicht auf Deutsch übersetzen, fürchte ich, weil das, also zumindest bei mir ist das Gratitude eben nicht so, ist weit weg. Aber auch dort, also was ich da im Privaten Leute kenne, die sich, wie viel sich die leichter tun, seitdem sie das tun, einfach am Abend, die kaufen sich dann irgendwie ein hübsches Heft hier oder Büchlein oder wie auch immer, sich am Abend ein bisschen hinzusetzen und einfach so ein paar Fragen stellen, das können zum Beispiel sein, einfach drei Punkte, was ist heute gut gewesen, was ist heute gut gelungen, eh dasselbe, was man vorher schon hat, also auf was bist du vielleicht stolz oder was hat dir gut getan, habe ich schon gehabt. Also einfach diese Fragen für sich zu notieren und dann habe ich auch aus einem anderen Coaching heraus zum Beispiel war dann die Rückmeldung, seitdem schlafe ich viel besser ein. Und also, ich meine, auf der einen Seite, ja, okay, große Überraschung und auf der anderen Seite, ich meine, was für eine Veränderung im Leben, wenn du auf einmal nach dem besser einschlafst. Und ja, natürlich, wenn du sozusagen, weil das Problem beim Einschlafen ist ja für viele Menschen, dass sie in so eine Spirale der schlechten Gedanken kommen. Und jetzt, kurz bevor du dich hinlegst, oder schon viele schreiben das im Bett, was ich so verstehe, setzt du dich hin und beschäftigst dich mit Dingen, über die du eben dankbar bist, über die du froh bist, für die du ein Glück darin siehst, dass das so passiert ist und mit diesen sozusagen wohligen Gefühlen heraus kann man dann sich hinlegen und schlafen. Ja, natürlich kann man das sozusagen. Und auf der Ecke finde ich eben, das Glück liegt hier, kann hier so nahe sein eigentlich, weil, also ich meine, es ist egal, entweder schreibst du in dein Handy rein oder kaufst dir um 1,99 ein kleines Büchlein oder ein Heftchen oder was auch immer, legst du das neben ins Bett, nimm einen Kugelschreiber dazu und ich wünsche dir viel Spaß quasi, das zu schreiben und die Frage, ob du dann dort reinschaust und das quasi noch einmal vielleicht in einem Monat aufarbeitest, kann spannend sein, musst du das tun, nein, komplett dir überlassen, ob du das tust oder nicht. Und das ist also für viele unglaubliche Bereicherung. Und was man da auch hinzufügen muss, ist quasi die Hürde ist genauso niedrig, weil es geht nicht darum, dass man da irgendwie ein ganzes Essay oder ein Taschenbuch schreibt über ganz tief psychologische Gedanken mit, ja, dafür bin ich dankbar, weil, weiß ich nicht, meine Eltern und meine Kinder und dann setzt man sich da irgendwie ein Bild zusammen, sondern das kann tatsächlich, die Hürde kann sehr, sehr niedrig sein mit, ich freue mich, dass heute das Wetter schön war und ich konnte irgendwie zu Fuß einkaufen gehen. Also das kann, die Hürde kann quasi alles sein, weil es eben, wie du gesagt hast, es geht um diese positiven Gefühle, die einfach, wie soll ich sagen, diese Achtsamkeit auch auf dieses tatsächlich, was einfach gut oder normal war im Leben. Und da hatten wir auch in einer Folge, es war ja auch diese Deep Work, Ablenkungsfrage geht ja ähnlich in diese Achtsamkeit und diese ganze Mindfulness, ist quasi der gleiche Begriff, aber auf Englisch geht es ja auch genau um die Dinge, dass du kannst einfach nur mal achtsam sein, wie fühlt sich dieses Wetter heute an? Magst du Sonnenschein? Ja, cool. Dann ist es halt einfach schön, dass du den Sonnenschein genießen konntest und wenn das nur zehn Minuten waren, weil du am Balkon gesessen bist in der Früh, ich meine, dafür kann man genauso dankbar sein. Also man wird immer was Kleines finden, wo man sich selber quasi aufputschen kann sozusagen mit, das war eigentlich super, das hat mir Spaß gemacht, das war gut, das fühlt sich gut an. Ja, ich wollte nur ganz kurz auf diese Freiheit, wie auch immer du das führst, eingehen, weil ich gerade gestern nochmal wem sozusagen mitgegeben habe und wenn es nur zwei Sätze sind, die du zu einem und um es jetzt genau zu sagen, es wird ein Satz eigentlich reichen, aber wenn ein Gedanke aufkommt, der dich irgendwie beschäftigt, ich weiß nicht, aus deiner Kindheit, von deiner Ex-Partnerschaft, von deiner alten Firma, wo du irgendwie einen Groll hegst oder so und da kommt ein Gedanke auf und irgendwie beschäftigt er dich, nimm dir ein Blatt Papier oder dein Büchlein, was du eh schon hast, schreib ein, zwei, drei Sätze, eine halbe Seite, was dich freut, dazu auf und spür mal, wie das wirkt und wie oft das einfach dann sich auflöst sozusagen in Wohlgefallen. Ich glaube, das ist der ganz wesentliche Punkt bei dieser Geschichte. Ja, also da haben wir auch über was anderes gesprochen, die Woche, das werde ich jetzt den englischen Begriff nehmen, das ist ja auch mehr aus dieser Meditationsecke, ist ja dieses Non-Judgmental Awareness, was ich auch schon mal gesagt habe, was eigentlich perfekt auf das Beispiel, was du jetzt gebracht hast, nämlich es geht tatsächlich darum, einfach Bewusstsein für etwas zu schaffen, ohne es zu bewerten und das ist, also gibt es ja auch unheimlich viel, auch psychologische Forschung dazu und diese ganze Mindfulness und Meditation geht halt immer in die Richtung, dass man aus dieser Anxiety oder aus diesem eben sich Sorgen machen und vielleicht aus depressiven Gedanken halt genauso rauskommt, dass man einfach Bewusstsein für etwas schafft, aber es nicht bewertet und das wirkt auch Wunder, dass du einfach diese Bewertung nicht hinten dran schmeißt, sondern du bist einfach erstmal aufmerksam, das wird dir bewusst so, ja, aber das fühlt sich nicht gut an und dann wird sich herausstellen, das verläuft sich dann auf einmal, weil es kommt einfach nicht hinterher, ah, das fühlt sich gut an, uh, was könnte das sein, aha, ist es deswegen, weil ich das gemacht habe, ja, aber nein, das wird zu sich was ganz so Schlechten führen, sondern es ist einfach, genau, und das ist aber sehr gut, wie du gesagt hast, da reicht ein Satz, weil es geht nur darum, Bewusstsein für etwas zu schaffen und in unserem Fall, so wie wir das jetzt quasi bringen, um etwas Positives herauszuheben und nicht mehr und nicht weniger achtsam werden und Bewusstsein schaffen für, was war heute gut, was hat mir Spaß gemacht, wodurch fühle ich mich gut und das war's, das kann ich mit einem Satz machen, das kann ich mit zwei Sätzen machen, fertig, genau. Ja, absolut und das waren jetzt einfach nur zwei Beispiele, wie man das in seinen Tag, in sein Leben sozusagen integrieren kann. Es gibt unzählige Beispiele da draußen, man braucht nur Journaling ein bisschen in Google schmeißen und eine neue Welt tut sich auf und ich bin sicher, manchen wird das eine mehr liegen und manchen wird das andere mehr liegen. Vielleicht ungesponsert, aber trotzdem erwähnt soll sein, dass wir eine schöne App gefunden haben, die sich Stoic nennt, die mir extrem dabei geholfen hat, sozusagen eine gewisse Regelmäßigkeit hineinzubringen, weil die halt so eine, ich nenne es mal eine Gamification da quasi mit aufgebaut haben, die aber zum Beispiel einfach nur heißt, wenn du dreimal hintereinander gesagt hast, dass du gerade gut geschlafen hast, dann gratuliert er dir zu deinen tollen Sleep Pattern, weil das bei mir auf Englisch hergestellt ist. Und genauso mit meiner Produktivität, wenn ich beschließe, dass ich heute sozusagen gut und erfolgreich gearbeitet habe, das fragt einem ab und zu dann auch, dann sagt er einfach, hey super, du hast jetzt schon den dritten Tag, dann wächst so ein Pflänzchen quasi und wird immer größer und das kann man natürlich kindisch empfinden, aber es hilft einfach dabei und es macht riesig Spaß. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so emsig hinter einem Doing, einem Prozess sozusagen gestanden bin und täglich wirklich brav das ausfühle und das erfragt dich auch immer hinten nach, so quasi fühlst du dich jetzt schlechter, gleich oder besser? Und wie wir vorher schon beim Einschlafen erzählt haben, also mindestens zwei Drittel der Zeit kreuze ich an, dass ich mich jetzt besser fühle, nachdem ich sozusagen diese Abendroutine, eine, wie sie das nennen, ausgefühlt habe, was ja auch in gewissen Arten und Weisen klar ist, weil ich davor ausgefühlt habe, für was ich dankbar bin, wie wir es erwähnt haben, was mir sozusagen, was mir in der Arbeit irgendwie gelungen ist, was ich sonst mit meinen Freunden gemacht habe, je nachdem, was du halt sozusagen ankreuzt an, was du gemacht hast. Also kann man nur empfehlen, ist, was ich noch für alle mehr analog verantragten Menschen kann ich in Buchform von Ryan Holiday, der natürlich ganz viel über so historische Philosophie oder das halt sehr in eine moderne Sprache oder Welt übersetzt hat und den ich auch sehr, sehr nett finde zum Verfolgen, weil er hat halt viele von diesen Tipps, die einem halt auch helfen, um dann zu bleiben. Er hat ein Buch, das ist konkret auf das Journaling aufgebaut. Es ist jetzt nicht so detailliert in den Fragen, aber für alle, die das handschriftlich machen wollen, er hat ein Buch, irgendwie heißt das, glaube ich, 365 Tage Journaling oder Stoic oder was weiß ich was, gibt es auf Deutsch, gibt es auf Englisch, ganz oft übersetzt worden, wo man jeden Tag zwei Absätze Platz hat, wo, glaube ich, zwei oder drei Prompts sind, die wir quasi jetzt auch ein bisschen anders formuliert haben mit eben, wofür bist du dankbar oder was hast du heute vor. Also da ist quasi auch die Idee, man nimmt es in der Früh her, man bereitet seinen Tag vor und am Abend macht man eine Review von seinem Tag. Also für alle, die das mehr handschriftlich machen wollen, gibt es super schöne Rahmen, mit denen man das machen kann. Zusammenfassend zum Journaling fällt uns ein, wie wichtig das für uns eigentlich beider Leben war, diese Bereicherung zu finden. Es ist ein Prozess, der so einfach ist, wenn ich darüber nachdenke, dass ich für körperliche Fitness, die ich auch wichtig finde, teilweise Stunden aufbringen muss, ist es beim Journaling einfach eine Geschichte von fünf Minuten, wenn man sehr intensiv betreibt, einfach zehn Minuten. Und ich glaube, das sollte man einfach immer sich selber gönnen. Ja, und was wir ja natürlich immer wieder auch schon gesagt haben und vor allem jetzt auch in dem Deep Dive hoffentlich herausgekommen ist, dass wie immer der Rahmen das Allerwichtigste ist. Und wir reden gerne von Rahmen, aber in dem Fall ist tatsächlich der Rahmen, Tagebuch zu schreiben oder ein Journaling zu machen. Die Form ist prinzipiell egal, Hauptsache man macht einen Prozess des Journaling. Und wie wir schon gesagt haben, man kann hernehmen, sein eigenes Leben, die Verbesserung als Mensch, wie das die Stoiker gemacht haben, dann schreibt man dafür ein Journal. Aber wie wir auch mit dem Schaktor ein Journal gesagt haben, man kann das auch mit einem Arbeitsfokus nehmen. Das heißt, prinzipiell ist der Rahmen klar, man schreibt regelmäßig über seine Gedanken und Gefühle und die Arbeit und das Leben und kann das so groß bzw. so klein wie möglich machen. Wie du gesagt hast, fünf Minuten reicht vollkommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal auszuheben, der Rahmen ist klar und wie immer, man muss sich in diesem Rahmen gut zurechtfinden. Aber ich glaube, es ist fast ein Muss, in irgendeiner Art Tagebuch zu schreiben bzw. ein Journaling zu betreiben. Ganz genau. Wunderbar. Ich würde sagen, war's das. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.